Hallo Autofreunde, hier ist der Pascal und im heutigen Video möchte ich euch diese Gürteltasche hier vorstellen. Und wenn du Interesse dran hast, dann bleib dran. Nach dem Intro geht's los. So Leute, bevor es aber jetzt gleich losgeht, möchte ich noch von vornherein für etwas Klarheit sorgen. Diese Tasche hier habe ich nicht gesponsert bekommen und das Video wird hier auch von keiner Firma oder so unterstützt. Und ich habe mir diese Gürteltasche, diese Bauchtasche hier selbst gekauft und auch selbst bezahlt somit. Und ja, von daher möchte ich nur für etwas Klarheit sorgen. Ich mache dieses Video jetzt nur, weil ich die letzte Zeit oft darauf angesprochen wurde, beziehungsweise habe auch viele Nachrichten bekommen, was das denn für eine Gürteltasche genau wäre. Und von daher habe ich gedacht, ihr habt Interesse dran und dann mache ich einfach mal ein Video dazu. So Leute, um welche Bauchtasche handelt es sich jetzt hier? Ja, die Marke heißt Helikontex und das Modell ist das Possum Waste Pack. Die Tasche wiegt ca. 200 Gramm und hat ein Packvolumen von ca. 1,5 Liter. Besteht aus einem Cordura-Stoff und macht einen wirklich sehr hochwertigen und robusten Eindruck. Die Tasche besitzt hier vorne noch eine Glättfläche. Und ja, die beiden Patches, die ich jetzt hier vorne drauf habe, die gehören natürlich hier grundsätzlich so nicht zur Tasche. Die habe ich natürlich nochmal extra gekauft und dann draufgeklebt, beziehungsweise draufgeklettet. Ja, da kann sich natürlich jeder ein Patch drauf machen, worauf er Lust hat. Ich habe hier ein Patch von Tuckwerk. Ja, machen ist wie wollen, nur krasser. Finde ich ein cooles Patch. Und das andere Patch hier ist vom Fritz Meinecke. If you can dream it, you can do it. Finde ich auch sehr cool und die beiden Patches habe ich immer hier vorne drauf, zumindest momentan hier. Die tun mich immer so ein bisschen inspirieren und motivieren. Ja, die Bauchtasche hier, die gibt es in verschiedenen Farben. Zum Beispiel Schwarz, Oliv, Adaptiv, Grün, Coyote, dann in Multicam. Und ich habe sie auch schon in Schneetan gesehen. Also da habt ihr eine riesen Auswahl an Farben und könnt dann euch die passende zulegen, wenn ihr Lust drauf habt. Ja, Leute, hier die Bauchtasche ist natürlich dazu gedacht, ursprünglich eigentlich hier vorne vor dem Bauch zu tragen. Ich habe das Ganze hier etwas zweckentfremdet, so wie viele andere auch. Und trage das Ganze hier vor der Brust, was ich für sehr, sehr angenehm finde. Im Alltag trage ich die Tasche auch hier so. Und dann habe ich grundsätzlich immer drei Gegenstände drin. Einmal hier vorne in der Fronttasche den Autoschlüssel bzw. Haustürschlüssel. Und ja, da habe ich hier auch immer schnellen Zugriff drauf. Und dann hier das große Hauptfach. Dort habe ich dann Handy und Geldbeutel drin. Und somit habe ich da auf diese beiden Gegenstände hier auch immer einen schnellen Zugriff. Gerade wenn man kaufen geht und steht vorne an der Kasse, dann hat man wie gesagt hier einen schnellen Zugriff drauf. Ich kann den Geldbeutel rausnehmen, kann bezahlen, kann das Ganze dann hier vorne wieder vor der Brust hier verstauen, zuziehen. Und habe dann hier vorne alles sicher verpackt. Ja, ansonsten sehe ich hier in der Geschichte zwei große Vorteile. Den ersten Vorteil habe ich euch eben schon genannt. Das ist der schnelle Zugriff auf die Sachen, die man täglich immer so braucht. Ja, der zweite große Vorteil ist, dass man keine großen Gegenstände wie ein Handy, Schlüsselbund oder Geldbeutel in den Gesäßtaschen drin hat. Beziehungsweise hier vorne in den seitlichen Hosentaschen. Das kann auch immer stören. Also mich stört das immer extrem, wenn ich dann ins Auto einsteige und ich habe noch was in der Gesäßtasche und muss das zuerst wieder raushummeln. Und ja, das nervt immer. Und was natürlich auch noch ein Vorteil ist, ist, wenn man den Geldbeutel oder das Handy hinten in der Gesäßtasche drin hat und man geht durch einen Einkaufsladen oder durch die Fußgängerzone. Und ja, da gibt es ja diese Langfinger, die einen dann gerne hinten den Geldbeutel oder das Handy rausstibitzen und sich dann davon machen. Und das ist natürlich mega sch***. Und somit habe ich hier die wichtigen und wertvollen Gegenstände hier vorne immer vor der Brust und habe das Ganze auch im Blick. Und wenn hier vorne einer dran tatschen möchte, der bekommt dann ordentlich auf die Finger geklopft. Ja, Leute, wie eben schon erwähnt, trage ich ja die Tasche hier gerne im Alltag mit den eben genannten drei Gegenständen. Aber die letzte Zeit trage ich die nicht nur gerne im Alltag, sondern auch auf meinen Wanderungen bzw. auf meinen Outdoor-Touren. Dann sieht der Inhalt der Tasche allerdings etwas anders aus. Dann fällt meistens der Autoschlüssel und der Geldbeutel hier aus der Tasche weg. Das verstaue ich dann sicher in meinem Rucksack und dann sieht der Inhalt der Tasche hier etwas anders aus. Dann befindet sich immer noch das Handy drin, weil da hätte ich schon ganz gerne schnellen Zugriff drauf. Und ansonsten habe ich dann ein Taschenmesser drin, ein paar Kamera-Akkus und ein Müsli-Riegel. Das sind dann so andere Gegenstände, die ich dann auf einer Wanderung gerne hier vorne vor der Brust trage und darauf dann gerne einen schnellen Zugriff habe. Ja, wenn ich meinen Kamera-Akku zum Beispiel im Rucksack drin hätte oder sowas und ja, der Akku von der Kamera ist leer, dann müsste ich extra den Rucksack ausziehen und so dann wieder im Rucksack rumkramen. Und ja, so kann man sich das Ganze etwas erleichtern und trägt ja den Kamera-Akku zum Beispiel dann schon hier vorsorglich vor der Brust und hat dann somit auch hier schnellen Zugriff drauf. So Leute, ich räume jetzt hier mal meinen Kram hier aus, hole das mal alles raus hier und dann zeige ich euch mal, wie die Tasche hier im Detail aufgebaut ist. So Leute, ich mache mal hier noch die Patches ab und dann seht ihr auch, wie die Tasche ohne Patches aussieht und wie sie dann geliefert wird, falls ihr euch die Tasche kaufen solltet. Ja, wie eben schon erwähnt, hier vorne befindet sich eine Fronttasche. Da habe ich dann meinen Autoschlüssel meistens drin. Und dann besitzt die Tasche hier ein großes Hauptfach und ja, da passt wesentlich mehr rein wie ein Geldbeutel oder ein Handy. Da bekommt man noch einige andere Sachen rein. Hier das Ganze ist auch noch einmal schön hier unterteilt in verschiedene kleine Fächer. Hier kann man auch noch Kleinigkeiten reinstecken. Und hier hinten ist noch ein großes Fach, wo man ja vielleicht mal einen Kontoauszug oder sowas im Alltag reinstecken kann. Und im Outdoor-Bereich finden sich da bestimmt auch einige Gegenstände, die man da hinten verstauen kann. Und ja, ansonsten befindet sich hier auf der Klappe, wenn man das Ganze hier so aufklappt, auf der Innenseite auch nochmal ein Reißverschluss mit einer Netztasche. Finde ich auch sehr cool. Da kann man auch dann wieder verschiedene kleine Teile verstauen und dann den Reißverschluss zuziehen. Und somit sind dann auch verschiedene Kleinteile hier vorne sicher untergebracht. Ja, ansonsten ziehen wir hier das große Hauptfach mal wieder zu. Ansonsten hat die Tasche dann hier hinten auf der Rückseite noch eine Tasche. Die kann man dann hier auch aufziehen. Und da könnte man nochmal irgendwelche Kleinteile unterbringen. Ich sag mal, wenn da jetzt schon im Alltag ein Geldbeutel, ein Handy, alles schon drin ist und vielleicht noch ein paar andere Sachen, dann ist die Tasche schon relativ voll. Dann bekommt man hier hinten in dem hintersten Fach vielleicht auch nur noch ein paar flache Sachen unter. Also jetzt irgendwas mega Dickes braucht man dann auch hier hinten nicht mehr unterzubringen. Ja, ziehen wir das Fach auch nochmal zu. Und ansonsten befindet sich natürlich hier der obligatorische Bauchgurt dran, den man natürlich benutzen kann, um sich die Bauchtasche am Bauch zu befestigen. Oder wie ich das mache, ja, über die Schulter zu hängen. Ansonsten kann man aber auch diesen Bauchgurt hier mit dem Clip abmachen. Und auf der anderen Seite befindet sich hier so ein konisches Stück Stoff, was hier drüber gefummelt ist, sage ich jetzt mal. Ich versuche das mal hier rüber zu ziehen. Und hier seht ihr jetzt einen Haken. Und der ist eingeschlauft in so eine Schlaufe. So, der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, dass der Haken hier unten offen ist. Da seht ihr das. Und dass das Ganze normalerweise nur gesichert ist durch dieses konische Stück Stoff hier, was dann hier so drüber gezogen wird. Ja, ich zeige euch das ganz genau. Deswegen dauert das jetzt wahrscheinlich hier etwas länger. So sieht das normalerweise aus. Und hat natürlich den Vorteil, dass wenn man die Bauchtasche hier von diesem Bauchgürtel hier befreien möchte, dass das wirklich sehr, sehr schnell geht. Ich ziehe das Ganze hier jetzt nochmal zurück und lege diesen Haken hier mal nochmal frei. Und dann seht ihr auch hier, das ist ein bisschen schwierig, hier den weißen Kabelbinder. Ich habe das Ganze hier mit einem Kabelbinder so gesichert und somit kann sich hier diese Bauchtasche auch nicht aus Versehen hier lösen. Ja, das war mir ganz wichtig, weil ich mache diesen Bauchgürtel hier, diesen Gurt, mache ich an der Bauchtasche einfach nicht ab. Bei mir bleibt das fest verbunden. Ich habe kein Interesse daran, dass ich die Bauchtasche von dem Gürtel hier schnell lösen kann. Deswegen habe ich das Ganze hier gesichert mit diesen Kabelbindern hier und ziehe dann wieder dieses konische Stück Stoff hier drüber. Und dann verdeckt das auch diesen Haken bzw. diese Kabelbinder. Dann sieht man das nicht. Und dann brauche ich auch keine Angst zu haben, dass ich, dass ich, ja, dieser Haken mal von der Bauchtasche versehentlich lösen würde. Und ja, ich dann die Bauchtasche verliere und das nicht merken würde. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Somit ist das Ganze gesichert. Kann man halt sehen, wie man möchte. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, kann ein Vorteil sein, wenn man die Bauchtasche oft lösen möchte von dem Gürtel. Ich habe es eher als Nachteil gesehen, dass der Haken offen ist. Und deswegen habe ich das Ganze nochmal nachträglich mit dem Kabelbinder gesichert. Und somit kann hier nichts passieren. Ja, sollte man ein Fan davon sein, diesen Bauchgurt öfters mal abzumachen, dann hat die Tasche hier hinten noch so einen Tunnel, sag ich mal, wo es ermöglicht, einen Gürtel durchzuziehen. Ja, hier kann man wunderbar einen Gürtel durchziehen und ja, kann die Bauchtasche dann auch direkt hier an seiner Hose am Gürtel befestigen und kann die dann so tragen. Man könnte natürlich auch die Bauchtasche dann am Rucksack irgendwie noch befestigen, am Molle-System. Das wäre natürlich hier auch möglich durch diesen Tunnel hier. Und ja, finde ich eine tolle Möglichkeit, nutze ich aber allerdings jetzt an dieser Tasche hier eher weniger, beziehungsweise gar nicht. Und ja, ich klippe hier das Ganze nochmal zu. Ich hänge das Ganze mal wieder um und klette mir meine Patches mal gerade nochmal dran. So Leute, ich mache jetzt mal nochmal mein Handy hier in das große Hauptfach rein, denn zu dem großen Hauptfach gibt es noch eine Sache zu erzählen, die vielleicht für den einen oder anderen von euch von Interesse sein könnte. Ich habe meine Bauchtasche ja jetzt hier so über die Schultern angezogen, dass der Bauchgurt hier über meine linke Schulter drüber geht. Und der Reißverschluss, beziehungsweise hier oben die Reißverschlussöffnung, die befindet sich jetzt auch hier oben und nicht hier unten an der Tasche, was ich auch für wichtig empfinde. Aber das Ganze könnte man auch andersrum tragen, denn das große Hauptfach hier hat zwei Reißverschlüsse. Und die befinden sich, wie gesagt, jetzt bei mir hier an der obersten Ecke. Wenn das hier unten wäre, würde ich persönlich das ein bisschen blöd finden, weil wenn ich dann hier unten aufmache, könnte dann schon der ein oder andere Gegenstand vielleicht direkt rausfallen. Und somit befinden sich ja die beiden Reißverschlüsse hier oben und ich kann aufziehen und kann dann von oben reingreifen. Ja, sollte ich aber jetzt die Bauchtasche andersrum tragen wollen, dass der Bauchgurt hier nicht über die linke Schulter drüber geht, sondern über die rechte. Ich mache das mal gerade. So. Also einmal so rum hier. So, jetzt befinden sich nach meiner Einstellung her die beiden Reißverschlüsse hier an der untersten Kante und nicht hier oben. Und wenn ich jetzt hier unten aufziehe, könnten eventuell Kleinteile hier unten dann schon direkt rausfallen. Aber, ja, wie eben schon erwähnt, der Reißverschluss hat ja hier zwei solche Schiffchen, glaube ich, sagt man dazu. Und die kann man dann hier nach oben ziehen und hat dann somit auch, wenn man die Bauchtasche dann so über die Schultern drüber trägt, dann auch wieder die Öffnung hier oben und kann dann hier wunderbar so aufmachen. Und läuft dann nicht die Gefahr, dass hier unten direkt was rausfällt, sondern hat dann auch wieder von hier oben Zugriff drauf. Ja, also ich würde mal sagen, das Ganze hier ist dann eventuell für Links- oder Rechtshänder kompatibel. So rum, wie man das Ganze gerne möchte, kann man dann die Tasche auch tragen. So, Leute, das soll es auch soweit zu der Bauchtasche hier gewesen sein. Wenn ihr Interesse dran habt, ich verlinke euch mal verschiedene Farbvarianten von der Bauchtasche hier unter dem Video. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr da Interesse dran habt. Ja, ansonsten, wenn euch das Video was gebracht hat und euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch, abonniert noch gerne hier meinen Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also Leute, macht's gut und bis dann, ciao!